Raus mit der Sprache, wo ist Spongebob? Ja, äh, er ist momentan nicht im Hause. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Biiiip. Also gut, dann sag mal, seit wann hast du denn zwei Häuser? Seit mir in dem einen der Platz ausgegangen ist. Aha, ah ja. Und seit wann hat dein Haus Beine? Das ist so eine Art Wohnwagen. Hallo Sandy.